naja ok, denn das ding suche ich später mal äh, mich bin hier oben hoho, wie lustig so, und äh, das ist das PvP und das ist dann die nächste Mission die wir machen werden, grün Wegpunkt setzen und äh kriegen wir hier irgendwo was besonderes Schwierigkeitgrad normal ok, Eric braucht Geld gewinne das Rennen, ja, zum Glück kein Checkpoint, denn Checkpoint mag ich nicht immer das ist irgendwie für mich langweilig, also wenn ihr das versteht